Jeder, der sich im Testzentrum testen lassen möchte, benötigt einen Termin. Diesen Termin bekommt er online, auf der Homepage der Stadt Unterschleißheim, sowie auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Oberschleißheim. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung für Ihren Termin. An der Anmeldung werden Ihre Daten überprüft und die Krankenversichertenkarte eingelesen. Danach geht es über den Wartebereich in den Testraum. Dort wird mittels einem trockenen Tupfer der Corona-Test abgenommen. Selbiger Tupfer geht am gleichen Tag in das uns angeschlossene Labor. Von dort bekommen wir das Ergebnis, welches auf der Online-Plattform, mit der der Termin gebucht wurde, eingestellt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017